Musik Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Hier ist ein kleiner Gegenakzent gesetzt. Bücher werden nicht entsorgt, sondern sie finden noch einmal einen Nutzer. Buch ist etwas Kostbares, Buch ist ein Schatz. Mein Name ist Matthias Keil. Ich darf hier in der Herz-Jesu-Kirche Pfarrer sein und das seit 15 Jahren. Also ich sehe den Bücher-Passar als ein Projekt, das einen dreifachen Nutzen bzw. dreifache Gewinner hat. Das Erste ist, dass es viele Leute gibt, die ihre Bücher weggeben wollen. Und ich höre vielfachen Dank, dass wir aus den Büchern noch etwas Gutes machen. Das Zweite, wenn die Bücher hier verkauft werden, sind sehr, sehr viele Studenten, die dankbar sind, dass sie so günstige Bücher bekommen. Und das Dritte ist, dass dann natürlich ein Geld überbleibt, das wir für unsere seelsorglichen und pastoralen Projekte der Pfarre verwenden können. Ich bin Johannes Zebedin und bin in der Pfarrer Herz-Jesu zuständig für den Bücher-Passar. Wir sammeln Bücher, die wir als Spenden bekommen. Die laufende Bücheranlieferung erfolgt problemlos sieben Tage in der Woche, vom Aufsperren bis zum Zusperren im Pfarrhaus. Im Erdgeschoss werden die Bücher hingebracht. Wenn größere Lieferungen sind, dann vereinbaren wir einen Treffpunkt, wo wir die Bücher dann von den Lieferanten übernehmen können und sie direkt ins Lager bringen. Derzeit haben wir gut 1000 Kartons auf Lager. Pro Bücherkarton haben wir 40 Bücher drinnen. Dann haben wir etwa 40.000 Bücher, die bei uns zum Verkauf stehen. Die Bücher, die bei uns als Spende hereinkommen, die werden in einem ersten Schritt grob sortiert. Und wir sortieren noch etwa 30 Kategorien. Ich heiße Maria Pils. Meine Aufgabenbereiche beim Basar sind die Sortierung der Bücher und der Verkauf mittlerweile eben im MINT-Bereich. Also wir sind sicherlich 30 Mal im Jahr sicherlich beim Büchersortieren. Also es kommt einiges zusammen und es geht wirklich viel durch unsere Hände. In der Volksschule, in der dritten Klasse, war ein Aufsatzthema, dein bester Freund. Und ich habe geschrieben, meine besten Freunde sind meine Bücher. Aber ich habe das eher, ist schon, war nicht ganz falsch, aber ich habe es eher gemacht, ich wollte ein bisschen auffallen. Ich bin der Heinz, ich helfe bei der Grobsodierung mit und während des Bücherbasars betreue ich die Romane. Warum macht man das? Das ist einfach eine Wertschätzung, die man den Dingen gegenüber hat. Ob das jetzt ein Buch ist oder ein anderer Gegenstand. Und ich sage immer, so wie ich mit Büchern umgehe, so wie ich mit Gegenständen umgehe, so gehe ich auch mit Menschen um. Wenn er mir nicht mehr passt, wenn er alt ist, entsorg ihn. Nein, bitte nicht. Da kommt auch vor allem immer etwas Überraschendes. Was ich heute, wo ich vielleicht noch gar nicht gewusst habe, dass mich das interessiert. Und das ist halt generell eine Qualität vom Bücherbasar, dass wirklich tolle Bücher da sind. Steirischer Brautgefühl. Da ist doch Pilzexperte. Pilzexperte, wie willst du? Pilz, sondern Pilz. Pilz. Willst du jemanden ums Eck bringen? Das ist schon interessant. Ja. Wir sind ja nur die Handlanger, die ihn die Bücher hinlegen. Und er ist dann der Arme, vor allem auch vom Gewicht her. Ich meine, man muss sich vorstellen, wie schwer eine Bananenschachtel mit Büchern ist, was er da hebt und auch in die Höhe hebt. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, welche körperliche Leistung er da auch vollbringt. Der Zustand der Bücher ist natürlich unterschiedlich. Manche sind sogar noch in Zellophan verpackt und andere sind auch schon gelesen und teilweise auch unterstrichen. Aber im Schnitt wird man hier auf unserem Bücherbasar kein Buch finden, das in einem schlechten Zustand ist. In Summe für den Aufbau und für den Verkauf sind etwa 70 Personen notwendig und im Einsatz. Wir müssen diese Räume einmal reinigen. Wir müssen die Möbel aufstellen. Dann werden die Bücherschachteln vom Lager an die Stelle gebracht, wo eben die einzelne Kategorie untergebracht ist. Dann beginnt die eigentliche Knochenarbeit der Feinsortierung. In jeder Kategorie sind dann Leute tätig, die die Bücher auspacken, sie in eine Ordnung bringen. Und da hat jede Kategorie so ein bisschen ihre eigene Systematik. Hier, die Abstimmung, aufwachen. Komm! Vielen Dank. Vielen Dank. Bücher zu lesen kann manchmal auch direkt lebensentscheidend sein. Wenn man zur richtigen Zeit das richtige Buch in die Hand nimmt, dann kann man das wirklich irgendwelche Fragen beantworten, mit denen man schon lange herumgeht. Von daher finde ich persönlich, und das mache ich meistens, wenn ich eine Buchhandlung gehe, ein kurzes Stoßgebet zum Heiligen Geist, dass ich da das Richtige finde und nicht das Falsche. Musik Der will das Buch und der braucht das Buch. Beim Bücher-Bassar wirklich der menschliche Kontakt, also für mich was ganz was Wichtiges ist. Es kommt bei mir auch immer darauf an, wie man auf mich zukommt. Also wenn jemand gleich von vornherein sagt, will ich nicht, tue ich nicht, dann schalte ich auch auf Stur. Das kann ich auch. Aber wenn ich schon merke, okay, dann macht man halt, oder wenn er fünf Bücher mitnimmt, dann lasst man halt ein bisschen was nach. Den anderen freut es und über die Menge kommt auch genug herein. Also ich bin überzeugt, dass man in Zukunft Bücher lesen wird. Es ist einfach was anderes, ob man nur ein E-Book liest oder ob man etwas in der Hand hat, etwas Haptisches, etwas, wo man dann auch im Bücherregal etwas stehen hat, gute Geister, die einen umstehen. Also da bin ich überzeugt, dass vieles andere vergehen wird, aber das Lesen von Büchern bleiben wird. Der Hannes macht es so, dass er eigentlich ohne jeglichen Druck arbeitet. Er sagt, es ist ein Ehrenamt, jeder, der mithilft, ist gut, wenn er mithilft und sollte machen, so viel er mag. Es läuft auch sehr entspannt ab, der ganze Bücherpassar. Diese Freiheit zu geben, ist natürlich nicht schwer, weil du hast starke Räume, alle haben die gleichen Tische. Also es ist eine Grundeinheitlichkeit gegeben. Dadurch ist auch der Zuspruch groß. Alle, die jetzt mitgeholfen haben, sind wirklich froh und glücklich, weil unsere Erwartungen übertroffen wurden. Übertroffen, was die Bereitschaft anbelangt, mitzuhelfen. Übertroffen, was den Besuch, das ist natürlich auch etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wichtiges. Also wir waren bis zum letzten Tag sehr, sehr gut besucht. Ja, das Ergebnis ist auch äußerst erfreulich. Sehr zum Bruder. Ja, das Ergebnis ist auch sehr, sehr gut. Ja, das Ergebnis ist auch sehr, sehr gefl Ellis. Ja, das Ergebnis ist auch sehr, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020